Mein Name ist Stefan Göttlicher, ich bin bei PaaS Produktverantwortlicher für das Beteiligungsmanagement. Das Beteiligungsmanagement ist eine sehr spannende fachliche Disziplin, weil ganz unterschiedliche fachliche Anforderungen von den Kunden gefordert werden. Und wir haben festgestellt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ein Standardprodukt zur Verfügung zu stellen, sondern wir haben einen flexiblen Werkzeugkasten, den wir den Kunden übergeben können. Wie ist jetzt die klassische Kundensituation? Unsere Kunden, die haben ein wachsendes Beteiligungsportfolio und sie merken, dass sie mit der klassischen IT, Stichwort Excel, an Grenzen kommen. Wenn er diese Grenzen erreicht, macht er sich auf den Weg, eine Lösung zu suchen, die seine Anforderungen optimal erfüllt. Und die Kernanforderung ist die, dass sie eine historisierende Datenbank benötigen, wo zu jedem Stichtag ein anderes Datum in einem Datenfeld zur Verfügung gestellt werden kann. Unsere Kunden erhalten eine flexible Lösung, die sie konsequent an ihren Bedürfnissen umbauen können. Basis bildet unser Business Pack Beteiligungsmanagement, das ein Best Practice aus unterschiedlichsten Kundenprojekten darstellt. Der große Vorteil unserer Lösung besteht darin, dass Anpassungen im Live-Betrieb und in der Oberfläche vorgenommen werden können, ohne dass hierfür Programmierkenntnisse notwendig wären. Sämtliche Datenbankinhalte können problemlos grafisch ausgegeben werden. Das bedeutet, das lästige Zeichnen von Organigramm gehört der Vergangenheit an. Zudem können wir eine ganze Reihe von digitalen Helfern bereitstellen, die von Routinetätigkeiten entlasten, zum Beispiel das automatisierte Versenden von Berichten. Wenn Sie mehr über unsere Lösung für das Beteiligungsmanagement erfahren wollen, schauen Sie sich unser Webinar auf dieser Webseite an.